Du kommst da her, du da her, Rahmen brauchen wir auch noch, da mache ich da noch ein paar Stikis draus, zack, paar Stikis, die Tür lassen wir mal drin, mache ich gleich noch ein paar Fackeln, da habe ich auch nicht mehr viele, gehen wir auf, tun noch das Zeug raus, Fackeln Und machen wir auch gleich ein paar, alle, hopp, Kohle habe ich ja genug, hopp, jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Viecher vom Holz hacken gehen, wer abhaut, wird sofort geschlachtet Oh, ich habe natürlich auch nicht mehr viel Weizen Müssen wir mal auf unserer kleinen Miniaturfarm, gleich mal ein wenig anbauen Komm her Nicht du, Miets Juhu Ich nehme mir lieber die Steaks in die Hand, sonst laufen die mir noch raus Du machst mit du Du, Mu, machst mit der Mu Du, Mu, machst mit der Mu Und du bist alleine Jupp, eine bleibt übrig Mus können wir leider noch nicht killen Müssen wir noch ein wenig erwarten auf unser Leder Oh, da kommt es ja gleich angerannt, alles Kommt her Bist du auch, liebe Irgendeinen von den großen Schweinen vergessen? Ja, dich Und dich habe ich vergessen Und dich Und Sonst einen vergessen? Schaut nicht so aus Schaf immer Schafe machen wir auch gleich noch ein paar Haben wir so wenig Wenn ich einen Leuchtturm baue, brauche ich ja was Rotes und was Weißes Bietet sich natürlich die Wolle am besten an Also einfach mal voraus, ich bin mir noch nicht sicher Vielleicht baue ich auch einfach beides Warum net? Bauen wir beides Achso, die Schere Wir können ja gleich Wir können ja gleich schoren Wir können ja eigentlich gleich schoren Zack, zack, zack Zack, zack Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp Haha, du bist nackig Hehe, du bist nackig Ihr seid nackig Ihr seid alle nackig Bis auf die Babyschafe Habe ich hier oben und da? Da ist ja auch ein kleines Lager Habe ich da schon was? Habe ich nichts Habe ich noch nichts Gut, das eine Leder bringt mich jetzt Anhaltend großartig weit Und Gästedorf will ich auch noch bauen Falls ich das mit dem LPD Wie jetzt hat schon angekündigt Mal öfter mache Wie jetzt angekündigt So wie ich gesagt habe Falls ich das öfter mache Muss ich noch Ich zählte mir noch mal eine an Muss ich mir auf jeden Fall Was sind denn das für zwei Bücher Dornen? Und wann? Welches Level bin ich? Ich hab ja Dornen Ich muss erstmal meine Rüstung ablegen Würde das reichen? 18 Levels! Och du 18 Levels! Das reicht nicht Was wollten wir machen? Holz Das wir da oben weiter bauen können Ich würde sowieso fast sagen Wir machen mal Ein paar mal öfter Holz Dass wir mal auf Reserve Ein wenig was haben Dass wir gleich ein wenig was auf Reserve haben Dass ich nicht immer Jedes Mal Wenn man was bauen Holz fänden muss So Einsammeln tun wir später Jetzt fällt mir erstmal alles ab Holz mir erstmal alles weg In der Zeit wo das alles wieder schön nach unten fliegt Ich tue mal wieder Das hat vorhin ganz gut geklappt Ich tue mal gleich wieder Aufsehen Also halt Ansetzen Die Bäumchen Hat vorhin ganz gut geklappt So in der Kombination Ist immer recht schnell fertig geworden Ist immer recht schnell fertig geworden Meine Mietz Meine Mietz schaut natürlich auch wieder schön brav zu Was ich mache Was für ein Schwachsinn ich treibe Jetzt hat sich eigentlich alles zum Großteil schon wieder eingesammelt alles. Das ist nicht mehr so viel. Also hier. Die letzten paar Sachen, die runterfliegen, sind eh nur Äpfel. Da ist ja nicht schlimm. Jedes Mal gehe ich in die falsche Truhe. Bäumchen müssen wir auch wieder ansetzen. Draußen, da haben wir wieder sehr viele Setzlinge. Da können wir draußen auch wieder Bäume sehen. Ach, jetzt willst du wachsen. Oder habe ich dich vorhin nur vergessen? Habe ich für draußen wieder sehr viele Setzlinge? Das ist ganz gut. Du stehst immer noch da. Der erste ist schon wieder abkachsen. Der baut sich noch ab. Wenn nicht schon wieder irgendwas vergessen wurde durch den Timpermod. Ah, schaut fast so aus, als ob was vergessen ist. Vergessen wurde. Sammeln wir nochmal schnell ein. Gehen wir schnell nochmal eine Runde. Warum denn nicht? Wir sind geizig. Wir lassen nichts liegen. Ey. Wir lassen hier nichts zurück. Jetzt reicht's aber. Also langsam kriegen wir echt eine Menge Setzlinge zusammen. Und Äpfel auch. Ähm. Äpfel da her. Das Holz können wir... Fichtenholz, ja. Birkenholz brauchen wir nicht mehr. Eichenholz brauchen wir aber. Tremstufentür habe ich alles dabei. Ah, ich könnte gleich noch... Truhen nehme ich gleich noch mit. Truhen nehme ich gleich noch mit. Und ich nehme mal das mit. Und auch mal die Werkbank nehme ich mal mit. Können wir alles brauchen. Könnten wir alles brauchen. So, Holz. Machen wir schnell das Dach hier fertig. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Mist, 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 Mist. So, jetzt haben wir das Dach fertig. Jetzt geht's los mit den Truhen. Also. Hier eine Doppeltruhe. Wenn ich hier eine Doppeltruhe mache. Hier eine Doppeltruhe. Hier eine Doppeltruhe. Hier eine Doppeltruhe. Ja, das machen wir einfach nur aus Waffenlauche. Waffen und Sordlauche. Und wenn ich da das ausgediehnte Werkzeug hindue. Da ist das alte Werkzeug. Das alte Werkzeug. Genau. Dann machen wir das so. Ah, Treppenstufen. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Und die Tür. Und die Tür. Hey. Die Tür. Wozu nehme ich eine Tür mit? Wenn ich sie nicht hinsetze. Da können wir auch zwei Druckplatten machen. Da ist es ja egal. Da kommt ja von draußen und von innen nichts rein. Da können wir zwei Druckplatten setzen. Jetzt müssen wir wieder Steine holen. Jetzt machen wir gleich außenrum weiter. Steine und Fenster. Oder. Was habe ich mir denn eigentlich aufgeschrieben? Kürbis. Blablabla. Okay. Ich schreibe mir mal neun Zettelchen. Ich schreibe mir mal neun Zettelchen. Das Haus bauen wir das nächste Mal weiter. In der nächsten Aufnahme. Jetzt mache ich nicht einmal irgendwas anderes. Haus. Weiter. Bauen. Haus weiter bauen. Habe ich mir schon mal aufgeschrieben. Hier schön. Diesmal mal. Jetzt machen wir mal irgendwas anderes. Wir machen hier noch ein wenig optisch. Und laufen auch mal ein wenig raus. Schalten die Mobs ein. Schalten die Mobs ein. Laufen ein bisschen raus. Erkunden mal noch ein bisschen die Welt. Alles mal ein bisschen. Werkbank nehme ich mal mit. Fleisch nehme ich auch mal ein bisschen mehr mit. Ich habe alles die ja bis auf das Eisen. Das Eisen repariere ich aber nochmal schnell. Ich muss erstmal die Hose ausziehen. Ich habe die Hose ausgezogen. So, weil das eine Level, das schadet uns nichts. Jetzt haben wir... Wir haben jetzt eine Effizienz. Wir haben eigentlich alles gut mit. Ähm, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte ja ein wenig schöner bauen. Habe ich hier noch Setzlinge drin? Hier habe ich Setzlinge drin. Hier habe ich aber auch noch Samen. Habe ich auch noch drin. Getreide und... Oh Gott, habe ich da eine Menge Zeug drin. Und verschaffen wir das mal schnell. Das kommt nicht alles. Schmeißen wir es gleich oben rein. Einfach ins Wasser. Das ist schnell, das schnellste. Schmeißen wir es hier rein. Also Weizen, Samen. Schwimmt es automatisch in den Trichter und dann auch runter. Legen wir hier noch ein bisschen Wald an. Jedes Mal die falsche Kiste. Ein bisschen Wald legen wir schon an. Äh, ne. Den brauchen wir hier nicht. Aber die brauchen wir. So. Von hier hinten wollte ich noch ein wenig Wald anlegen. Zack. 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 Anderen Bäumchen. Zack. 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 Wieder ein paar andere Bäumchen. Oh. Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Die erkunden wir doch gleich mal. Uh. Machen wir erstmal hier oben. Wo geht es? Oh, jetzt fängt es dunkel. Wo geht es denn da hin? Hier geht es nirgends hin. Wo geht es hier hin? Da ist ein Lava-Strom.